Was habe ich gerade getan? Mir zittern die Hände. Was habe ich gerade nicht nur Easton, sondern auch mir angetan? Ich halte die eine Hand mit der anderen fest, um das Zittern vor den Männern, die vor mir sitzen, zu verbergen. Meinem Dad, dem ich ein Versprechen gegeben hatte. Kälteschauer laufen mir über den Rücken, die Kehle schnürt sich mir zusammen und ich merke, wie sich mir der Magen umdreht und ich gleich würgen muss. Die Uhr. Die Zeiger bewegen sich weiter. Minuten vergehen. Aber für mich fühlt es sich an, als wäre die Zeit stehen geblieben, als ich jene Worte ausgesprochen habe. Easton ist nicht hundertprozentig fit und nicht in der Lage, zum vereinbarten Termin in den Spielerkader zurückzukehren. Die schockierten Gesichtsausdrücke. Die weit aufgerissenen Augen. Curry, der plötzlich von seinem Stuhl hochschießt, den Raum verlässt und auf seinem Handy eine Nummer wählt, während ich nur hoffen kann, das Richtige getan zu haben, wo sich doch alles in mir dagegen gesträubt hat. Und wenn er mir gesagt hat, ich würde mich irren, dass ich das Gesehene falsch interpretiert hätte. Und doch weiß ich, was ich gesehen habe. Dann gingen die Fragen los. Mit jeder Minute, die vergeht, gerät meine Sicherheit mehr und mehr in Zwanken. Diese verdammten Fragen, die nicht aufhören. Die Liste der Leute, die ich enttäusche, wird mit jeder Sekunde länger. Über Easton reden zu müssen, wenn ich eigentlich nur zu ihm hin will. Ihn sehen, es ihm erklären. Ihn berühren, um das Zerwürfnis zu vermeiden. Erklären zu müssen, wieso ich versagt habe. Wieso Doc Dortons Team versagt hat. Die Zeiger der Uhr bewegen sich weiter. Sekunden werden zu Minuten. Minuten, die ich gern zurück hätte. Minuten, die ich nicht zurückbekommen kann. Cory kommt wieder ins Zimmer und flüstert mit dem Mann neben ihm, während mich die anderen am Tisch anstarren. Wartend, prüfend, verwirrt. Die Tür wird aufgestoßen. Sie schlägt gegen die Wand und der Knall heilt durch den Raum, wenn auch lange nicht so laut wie mein Herz gegen meine Rippen hämmert. Er weiß es bereits. Unsere Blicke treffen sich für den Bruchteil einer Sekunde. Ich sehe die Verletztheit, die Wut, die Fragen. Dabei weiß er noch nicht einmal, dass ich diejenige bin, die das angerichtet hat. Easton. Schockiert sage ich seinen Namen und es klingt, als wolle ich um Vergebung bitten, als würden meine Schuldgefühle ihn laut und deutlich wissen lassen, dass es mein Fehler war. Doch sobald sich unsere Blicke treffen, schüttelt er den Kopf. Nicht. Mehr sagt er nicht. Aber die Warnung ist genauso vielsagend wie sein ungehaltener Gesichtsausdruck. Ich bin vor Schock wie gelähmt. Von dem, was passiert ist. Davon ihn zu sehen. Mich dem stellen zu müssen, was soeben passiert ist. Doch bevor ich mir überlegen kann, was ich vor diesen Männern zu ihm sagen sollte, ergreift er das Wort. Sie verkaufen mich? Verdammt nochmal, sie verkaufen mich! Seine Worte hallen in dem kleinen Raum von den Wänden wieder und erzwingen die Aufmerksamkeit der Männer am Tisch. Er steht dort, noch immer in seiner Aufwärmausrüstung, und starrt sie ungläubig an. Ich bin diesem Verein während meiner gesamten Karriere treu geblieben. Ich habe lukrativere Angebote abgelehnt. Verträge mit besseren Optionen, mit denen man mich zu anderen Vereinen locken wollte. Und so danken sie mir meine Treue? Er lacht, aber es klingt alles andere als amüsiert. Nun scheiß auf sie, Corrie! Scheiß auf sie und auf das, was sie hier abzuziehen versuchen! Ich versuche hier nur, einen Verein zu leiten, Mr. Wilder. Corrie's Stimme klingt ruhig und unaufgeregt, aber da ist auch eine Spur von Herablassung herauszuhören, bei der sich mir die Haare aufstellen. Einen Verein leiten oder ihn ruinieren? Esten tritt drohend auf ihn zu. Bei jedem Wort trommelt er mit dem Finger auf den Tisch. Sie glauben, so behandelt man Spieler? Und dann erwarten Sie, dass Sie eine World Series gewinnen, damit Sie Ihren hübschen kleinen Bonus einstreichen können? Da sollten Sie lieber nochmal drüber nachdenken. Viel Glück mit Ihrem zukünftigen Verein. Corrie gibt ihm mit einem Nicken zu verstehen, dass er entlassen ist. Esten kocht förmlich. Verständlich. Seine Wut ist so mit Händen greifbar, dass es einem den Atem verschlägt. Ich warte, mit Blut an den Händen und Schuldgefühlen im Herzen. Sie sind ein herzloser Hurensohn, wissen Sie das? schnaubt Esten und ballt die Hände zu Fäusten. Dann werden Sie ja froh sein, dass Sie nicht mehr für mich arbeiten müssen. Machen Sie es gut, Mr. Wilder. Niemand rührt sich, während sich die beiden Männer gegenseitig niederstarren. Der eine, der in Begriff gelassene Arroganz, der andere, eine Zeitbombe aus mühsam zurückgehaltener Wut. Einige Sekunden lang rechne ich voller Anspannung schon damit, dass Esten seine Wut an Corrie auslassen wird. Gerade als ich überzeugt bin, dass es so weit ist, schüttelt Esten ganz langsam den Kopf, schaut außer mir jeden im Raum an, dann dreht er sich auf dem Absatz um und verlässt den Raum. Mein Herz geht mit ihm. Meine Füße möchten unbedingt das Gleiche tun. Ich kämpfe gegen dieses Bedürfnis an, aufzuspringen, ihm hinterherzulaufen, zu erklären, aber ich kann das nicht tun. Ich muss mich professionell verhalten, wie jemand, der eine Firma repräsentiert und nicht wie eine Frau, die Angst hat, gerade den Mann verraten zu haben, den sie liebt. Liebt? Liebt. Verdammter Mist! Ich liebe ihn wirklich! Entschuldigen Sie die Unterbrechung, Miss Dalton, sagt Corrie, was mich von meiner Erkenntnis ablenkt und zwingt, mich wieder auf das zu konzentrieren, worum es gerade geht. In ihren Augen habe ich meinen Vertrag nicht erfüllt und es somit nicht geschafft, den letzten Wunsch meines Vaters zu erfüllen. Corrie redet weiter, aber ich höre ihn nicht. Ich habe nur vor Augen, wie verletzt Easton ausgesehen hat. Seine Stimme klingt mir in den Ohren. Was würdest du tun, Scout? Die Antwort Easton? Ich würde mich opfern, um dich zu retten. Das habe ich gerade getan. Ich kann nur hoffen, dass er das auch so sieht. Über mir im Stadion erklingen die ersten Töne von Guns N' Roses und das Intro des Lieds. Die Musik, die ich jedes Mal gehört habe, wenn ich während meiner Laufbahn das Spielfeld betreten habe, ist wie Salz in meiner Wunde. Welcome to the jungle. Was zum Teufel ist passiert? Ich muss hier raus. Ich bekomme keine Luft. Ich will auf etwas einschlagen. Ich kann nicht denken, wenn das Lied mich daran erinnert, wo ich gerade sein sollte. Auf dem Spielfeld. Oder an das Trikot, das ich seit meiner Kindheit getragen habe und nun nicht mehr tragen werde. Ich renne die leeren Flure entlang, weil ich dringend aus diesen Betonmauern heraus muss, die sich plötzlich wie Gefängniswände anfühlen, die mich zurückhalten und mir alles verweigern, was ich liebe. Dann stimmt es also. Bei seinen Worten bleibe ich abrupt stehen. Hast du es gewusst? Meine Stimme klingt anklagend, aber das ist mir scheißegal, weil alles in mir danach schreit, dass er Nein sagt und ich ihm glaube. Nein. Ich habe die Antwort bekommen, die ich wollte. Ich starre ihn an. Will ihm glauben. Muss wissen, dass ich ihm dieses eine Mal wichtiger war als das Spiel und doch hake ich nach. Nein? Glaubst du mir etwa nicht? Seine Stimme ist in die Höhe geschnellt. Doch, nein. Verdammt. Ich gehe ein paar Schritte von ihm weg, nehme meine Kappe ab, um mir mit der Hand durch das Haar zu fahren und atme, wie es sich anfühlt. Zum ersten Mal in der letzten Stunde aus. Ich drehe mich um, strecke die Hände aus und schaue ihn flehend an. Was zum Teufel ist los, Dad? Mit dieser offenen Frage will ich ihn Erfahrung bringen, wie es dazu kommen konnte. Ich weiß es. Und doch will ich, dass er mir eine Antwort gibt, denn ich bin völlig ratlos und habe noch nicht einmal begonnen, die Konsequenzen zu begreifen. Die Nationalhymne wird gespielt und zum ersten Mal in meinem Leben nehme ich, während ich in meiner Ausrüstung stecke, nicht die Kappe ab und lege die Hand aufs Herz. Ich bringe es einfach nicht über mich. Welches Team? Seine Stimme klingt so ernst, wie ich mich fühle. Keine Ahnung, Finn versucht gerade, es herauszufinden. Ich lache, aber es klingt aufgesetzt. Wieso war Finn nicht da drin? Verwirrt sieht er mich aus zusammengekniffenen Augen an.